Nur weil neben eurem Grundstück, das ihr kaufen wollt, schon Häuser stehen, heißt nicht, dass ihr da einfach ohne weiteres bauen könnt. Und dass es günstig wird, das zu machen. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum das Bodengutachten super wichtig ist. Und ich habe heute mal ein Interview mit Simon, der genau vor so einem Fall stand. In einem gewachsenen Baugebiet wollte er ein Grundstück kaufen. Und da gab es dann aber ganz, ganz viele Themen, wodurch es hinterher sehr, sehr teuer geworden wäre, wenn er dieses Grundstück genommen hätte. Und wir gehen jetzt in dieses Interview einfach sehr tief rein. Er erklärt es sehr, sehr gut, wie er auch durch diesen gesamten Prozess gegangen wurde. Wie auch am Anfang alles erstmal so transparent und gut gewirkt hat. Und dann aber mit jedem Schritt, was er entdeckt hat, ein bisschen schwieriger wurde. Das finde ich super, super spannend. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, wie sind wir da drauf gekommen? Eigentlich ziemlich standardisiert. Also wir haben halt unsere Standard-Abos über ImmoScout, ImmoWelde, wie sie alle heißen. Diese ganzen Portale haben jetzt auch schon seit längerer Zeit einfach mal versucht, ein Grundstück oder ein schönes Häuschen für uns zu finden. Und sind dann tatsächlich irgendwann nach so etwas längerer Suche natürlich auf ein sehr spannendes Objekt gestoßen. Wir suchen, by the way, auch im Raum Stuttgart. Also war grundsätzlich immer sehr, sehr angespannt die ganze Situation dort. Für alle, die da generell aus der Gegend kommen. Ja, und so nach einer Zeit haben wir dann eben ein spannendes Objekt gefunden, weil es auch nichts Atemberaubendes ist. Also 250 Quadratmeter Grundstück. Schön Wohngebiet, Raum Stuttgart, direkter Nähe zu allen öffentlichen Verkehrspunkten. Also eigentlich sehr wunderbar. Aber jetzt kein Neugaugebiet, sondern eine Baulücke dann, oder? Ja, also nicht mal eine Baulücke tatsächlich, sondern da stand ein Abrisshaus drauf. Also das war ein sehr kleines Haus, war irgendwie in den 60ern gebaut worden, sehr ungepflegt und sehr alt, sehr ungünstig geschnitten und alles, tiefe Decken und so ein Kram. Also da wollte man nicht wirklich drin wohnen und kam auch sehr schnell raus. Das macht eigentlich keinen Sinn, das Ding zu sanieren. Da baut man am besten eigentlich gleich was Neues drauf. So, deswegen war da auch unser Beschluss ziemlich schnell. Das ist eigentlich ein Grundstück und kein Haus, das wir beziehen möchten. Und genauso wurde es tatsächlich aber auch vom Makler am Ende auch angeboten. Also er hat es tatsächlich als Bauplatz vermarktet und explizit mit dem Hinweis, sollte man abreißen und was Neues hinbauen. Okay, ja. So, so viel erstmal dazu, war natürlich auch dadurch immer schon ein bisschen sportlicher vom Preis. Generell immer, wenn der Makler involviert war, aber immerhin noch alles stemmbar und war in unserem Budget tatsächlich drin. Es gab tatsächlich aber dann noch einen kleinen Wermutstropfen, der sich am Ende tatsächlich als sehr großer Wermutstropfen ergeben hat. Und zwar das Grundstück, das liegt über einer ehemaligen Altmüllablagerung. Also, ja, am Anfang, wenn man da hinkommt, merkt man überhaupt nichts davon, weil es ist einfach ein Wohngebiet mit Häusern, Reihenhäusern, Mehrfamilienhäusern. Alles, was man sich vorstellt, auch ein Kinderspielplatz direkt davor. Also kann man sich eigentlich nicht viel darunter vorstellen. Also wirklich auch Nachbarn drumherum sozusagen. Genau, inklusive Neubauten drumherum teilweise auch. Also wirklich total unscheinbar das Ganze. So, und wir haben natürlich auch mit dem Makler vor Ort sehr intensiv darüber gesprochen. Hat uns natürlich auch einen entsprechenden Altlaster-Kataster-Auszug dazu gezeigt. Und da war halt natürlich sehr klar deklariert. Von 1935 bis 1949 wurde die Fläche als Mülldeponie verwendet. Also so gerade so die Kriegs- und Nachkriegszeit war das einfach eine Mülldeponie, die einfach immer wieder mit Müll aufgefüllt wurde, Erde drüber und dann wieder Müll. Und so haben sich dann halt so mehrere Müllschichten dort gebildet. So, ja, lange mit dem Makler diskutiert. Natürlich, ja, so als Laie weiß man auch nicht wirklich, was man damit anzufangen hat. Weil man sieht ja dann nur, okay, es sind ja Häuser drauf gebaut. Also, ja, kann man wahrscheinlich... Also wurde das von Anfang an dann so kommuniziert, dass, hey, hier entstehen dann noch ein paar Mehrkosten, weil Altablagerung und so weiter? Ja, genau, genau darauf hat uns nämlich auch der Makler darauf hingewiesen. Also, auch in dem... Ja, hinterher hätten wir uns da noch ein paar mehr Infos tatsächlich gewünscht. Weil der Makler, der hat uns das nämlich auf die Art und Weise verkauft, dass es da eben tatsächlich auch schon ein Gutachten gab. Ein Gutachten des Oberbodens, was sehr, sehr ähnlich zu einem Bodengutachten aussieht tatsächlich. Und in dem Gutachten stand eben relativ salopp und einfach ausgedrückt drin, wenn man da eben neu bauen möchte, wird empfohlen zur Sicherung der Gesundheit und keine Ahnung was. Also, eher so Banalitäten eigentlich, so überklingt das eher, dass man den Oberboden austauschen sollte. Also, das heißt, dass man da 60 Zentimeter des Oberbodens austauschen soll und einfach mit neuer, frischer Erde drüber schütten sollte. Und danach ist es auch wieder relativ bedenkenlos. Gleichzeitig weiß dieses Gutachten natürlich dann auch aus, was denn tatsächlich in dem Boden drin steckt. Und ja, da kam halt dann raus, ja, da stecken halt so Schwermetalle drin, irgendwie so Teer- und Aschelreste. Ich glaube, das wird irgendwie Benzopyreen, wird es fachbegrifflich genannt. Ich bin da tatsächlich auch nur ein Laie und habe mich dann hinterher erst dazu eingelesen, was sich denn da alles dahinter verbirgt. Aber so zusammengefasst, ja, Schwermetalle, jeder weiß, okay, das sollte man jetzt nicht unbedingt in den Mund nehmen, so etwas. Und das ist nicht gerade so das Beste. Aber zusammengefasst, für uns war es immer noch ein lösbares Thema. Wurde auch sehr verständlich tatsächlich an uns herangetragen. Also, 60 Zentimeter abtragen von allem, was nicht bebaut ist, tatsächlich. Und dann kann man da bedenkenlos wieder aktiv werden. So, der Makler schien auch sehr vertrauenswürdig tatsächlich, weil seine Firma ist auch noch mit einer Tochterfirma auch Bauträger. Und die haben direkt auf der Straße, in derselben Straße direkt gegenüber, ein Mehrfamilienhaus hingesetzt. Also, sicherlich nicht mal so 10 Meter Luftlinie entfernt. So, für uns war dann halt schon klar, okay, da scheint Erfahrung vorhanden zu sein. Der weiß, wovon er da spricht und, ja, klingt vertrauenswürdig einfach insgesamt so. Gleichzeitig hat er uns natürlich auch gleich so einen Kostenvoranschlag gebracht von einem Unternehmer, der dann eben so Abtrag, Abbriss und so weiter entnehmen. Nicht Abbriss, sondern Entsorgung. Also Entsorgung ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema. Und es wurde dann auch so auf gute 20.000 bis 20.000 Euro geschätzt. War zwar jetzt nicht gerade wenig natürlich, aber es war noch in unserem Puffer, den wir uns einkalkuliert haben. War das Grundstück wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger einfach, oder? Ja, es war minimal tatsächlich günstiger. Also so ungefähr, so um die 10 Prozent sicherlich im Vergleich zum Durchschnitt an der direkten Nachbarschaft. Aber an sich immer noch sehr, sehr sportlich insgesamt, muss ich sagen. Aber ja, wir haben es uns ausgesucht und es hat alles noch irgendwie ins Budget reingepasst. Auch mit den Puffern, die wir uns gesetzt hatten, weil auch natürlich in euren Ratgebern gibt ja auch immer den Hinweis, plant genug Puffer mit ein, haben wir gemacht. Und dafür war es auch super gut. So, nichtsdestotrotz, wir haben uns natürlich immer noch sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Also weil, jo, ist halt jetzt nicht so ein Standardgrundstück. Und so aus meiner direkten Familie, also meine Schwester und mein Bruder haben vor kurzem erst gebaut oder bauen noch. Und da gab es halt solche Problematiken eigentlich nicht. Also da fangen die Herausforderungen eher an anderer Stelle an, wie, was macht man da für Fenster rein und keine Ahnung was. So, und wir mussten uns halt über den Boden Gedanken machen. Und das macht einen dann schon etwas nachdenklich, wenn das Fundament, auf dem du eigentlich deine Zukunft errichten möchtest, jetzt nicht unbedingt den Standard oder den üblichen Untergrund hat, den man erwarten würde. Ja, und es ist auch so, dass das spannenderweise ja immer nur bei einer Immobilie in Deutschland eigentlich der Grund ist, das was wirklich den Wert hat. Also das Grundstück, das Stück Land hat den Wert im Endeffekt. Das Haus wird halt mal mehr, mal weniger oder du musst es in den Schuss halten und so weiter. Aber das, was den Wert hält und eigentlich auch steigert, ist das Grundstück. Und dann hast du natürlich, wenn du da ein Thema drin hast, dann wird es auch immer für einen Weiterverkauf später und so weiter, wird immer ein bisschen schwieriger. Ja, absolut. Dann hattet ihr jetzt schon so eine Grundlage und ihr wisst, ah okay, das ist jetzt nicht so ganz einfach mit den Bodenverhältnissen. Ihr seid dann aber wahrscheinlich schon ein Stück weit in die Hausplanung gegangen, oder? Und dann kam so der Punkt, wo du dann nochmal so tiefer reingegangen bist und gemerkt hast, ah, ich glaube, das wird doch ein bisschen teurer als geplant. Ja, das kam tatsächlich so mehrstufig, weil natürlich gerade das Erste, was man machen sollte, ist erstmal mit der Stadt zu kommunizieren. Also wenn jemand alle Informationen hat zum Boden, ist es höchstwahrscheinlich immer die Stadt, die eben den Boden da irgendwie mal untersucht hat oder sonst was, oder eben die Deponie da betrieben hat. Da ist so das erste Kuriosum schon passiert. Also wir haben die Stadt angerufen, weil es eben schon ein bisschen älter ist, diese Mülldeponie, lag die Info logischerweise nicht digital vor. Also auch die Gutachten, die damals gemacht wurden, vor über 20 Jahren, lag alles nicht digital vor. Und die Person, die eben für dieses Archiv, für die Verwaltung da zuständig ist, die war gerade in Reha. Und das war anscheinend die einzige Person, die diese Informationen abrufen konnte. So, das heißt, wir konnten da nicht mal wirklich mit der Stadt darüber kommunizieren. Und die Stadt hat dann da auch erstmal so nach so ersten losen Gesprächen einfach nur bestätigt, ja, das ist schon in Ordnung mit dem Oberboden, das ist Bodenschutzgesetz, irgendwas gibt es da und da wird es genauso auch beschrieben. So, und zum gleichen Zeitpunkt hat natürlich auch der Makler uns dann schon Kontakte vermittelt zu einem Architekten, mit dem wir auch nochmal die Hausplanung besprechen konnten, weil es einfach eine Empfehlung von ihm war, dem man natürlich dann auch direkt Fragen dazu stellen kann, was er denn davon hält, also von der gesamten Situation dort, der uns dann natürlich auch anhand von Bebauungsbeispielen ziemlich einfach vermittelt hat, wir sollen uns da keine Gedanken machen über den Boden, da wird drum herum gebaut, also warum sollte es bei euch auch nicht klappen, so ganz einfach gesagt. So, und dann kam eben dieser Prozess, also dass wir angefangen haben mit der Hausplanung, uns intensiver damit auseinanderzusetzen, Baunehmen, Kosten, Anschlüsse, alles was man eben so zusammenträgt, um mal zumindest so grob den Kostenrahmen dahinter zu identifizieren, den man dann am Ende natürlich noch mit anderen Puffern ausstatten sollte. Ja. So, das Ganze ging natürlich immer im Schnelldurchlauf, weil es war letzten Sommer, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben und der Makler hat uns derzeit auch noch immer wieder unter Druck gesetzt, gefühlt alle 24 Stunden mal einen Hinweis gegeben, hey, es gibt noch andere Interessenten, die schon weiter sind als ihr. Ja, und CSG ging natürlich auch erst durch die Decke, dann wieder ein bisschen runter und so weiter. Ja, genau, also da kamen so mehrere Faktoren einfach miteinander zusammen, sodass wir dann auch gesagt haben, okay, nach langen Grübeln, Risiko abschätzen, einfach so der Entschluss gekommen, okay, also es ist ja ein gewachsenes Wohngebiet, hier leben Menschen, hier gibt es Neubauten, also es muss ja eigentlich funktionieren, also warum sollte das nicht klappen? So, und deswegen haben wir uns eben darauf basierend dann eben auch schon mal so eine erste Finanzierung eingeholt, natürlich auch den Kaufvorvertrag mit dem Makler abgeschlossen und dann ging eigentlich erst dieser ganze Spaß los, ab dem es dann für uns wirklich sehr, sehr stressig wurde, weil das war auch der Moment, als der Makler uns, also direkt nach dem Kaufvorvertrag schon so einen seiner reservierten Notartermine in die Hand drücken wollte, der so gefühlt so ein Tag direkt danach war, also so, dass man nicht mal zwei Wochen drüber schauen konnte, was wir natürlich schon erst mal verschoben haben, weil wir machen das zum ersten Mal, wir sind keine Eigentümer und wir wussten da auch noch nicht so ganz, was da jetzt auf uns zukommt. So, also Termin auf in zwei Wochen gelegt und in der Zeit haben wir uns eben noch mal explizit Gedanken gemacht über den Kaufvertrag, also den Notarvertrag, den eigentlichen und da ging es dann eigentlich los, weil das war dann so der Moment, wo wir gesehen haben, hier ist ein sehr spannender Passus eigentlich drin in diesem Notarvertrag, der ja im Grunde genommen davon handelt, dass jegliche Haftungen für mögliche Beeinträchtigungen durch die Bodenbelastung vom Verkäufer ausgeschlossen sind, genauso auch gar keine Gewährleistung übernommen werden kann, keine Mehraufwände oder so ihnen in Rechnung gestellt werden können, also so zusammengefasst, es wurde einfach vermittelt mit einem sehr, sehr langen Passus im Notarvertrag in sehr, sehr explizitem Juristen-Deutsch, dass das Grundstück doch eine gewisse Überraschung beinhalten könnte, die sehr unangenehm werden könnte. So, und das ist der Moment, wo dann auch wirklich so die Alarmglocken losgehen, also wenn man wirklich so viel Geld in die Hand nimmt und dann etwas erwerben möchte, das vielleicht doch nicht so ganz sauber ist, wie man es sich vorstellt. Und das ist so der Moment, wo auch der Makler dir dann nicht mehr zur Seite steht, weil er dann dir auch vermittelt, ja, das ist halt Standard, weil es ist halt kein normales Grundstück, aber wir brauchen uns da keine Gedanken zu machen. So, und dann kriegt man auch auf direktere Nachfragen, auf einmal keine Rückmeldungen mehr, obwohl man ja doch vorher ziemlich intensiv im Austausch war. Und dann haben wir halt selbst das Zepter in die Hand genommen und ja, dann erstmal wieder den Weg zur Stadt gegangen, um eben dort nochmal wirklich sehr, sehr penetrant vor allem darauf zu bestehen, dass uns mal mehr Informationen bereitgestellt werden sollten zu dem Grundstück. wir da sogar tatsächlich irgendwann mal bis zum Leiter vom Baurechtsamt durchgestellt wurden, der uns dann wirklich einzeln die Gutachten rausgeholt hat aus diesem Archiv. Und da kam das dann halt raus, also, oder noch einen Schritt zurück, parallel dazu, haben wir noch mit einem, ja, einem entfernteren Nachbarn gesprochen, der dort auch gerade baut, aber halt eher so 100 Meter Luftlinie entfernt und haben einfach mal persönlich mit ihm das Gespräch gesucht. Also, ob er da irgendwelche Informationen hat, ob er da auf irgendwas gestoßen ist. Und ja, also so zusammengefasst aus dem Gutachten, was wir aus dem, aus der Stadt bekommen haben und dem, was uns der entferntere Nachbar mitgeteilt hat, kam dann halt erst so die tatsächlich spannenden Informationen heraus. Also, im Grunde genommen kam da einfach raus, dass, ja, dass man sich mit dem Grundstück genau über den unmittelbaren Mittelpunkt von so einer Müllablagerung befindet. Dieses Grundstück ist komplett durchseucht mit Schwermetallen, irgendwelchen Bleiresten, Arsen und so etwas. Und je tiefer man geht, desto schlimmer wird es tatsächlich. Und ja, am Ende hat uns auch der Nachbar da auch nochmal Bilder gezeigt von dem, was er dort entdeckt hatte. Von seinem Grundstück oder auch? Ja, ja, von seinem Grundstück erst mal. Und da waren dann tatsächlich auch so komplett schwarze Schichten. Das musste alles als Sondermüll entsorgt werden bei der Deponie. Und das waren dann so die Punkte, wo man eben rausgefunden hat, okay, das klingt jetzt irgendwie nicht mehr so nach einfach nur mal so 60 Zentimeter Abtragen von der unbebauten Wohnfläche, sondern im Gegenteil. Wir haben dann nämlich auch mit dem Geologen Kontakt aufgenommen, der 1996 das Gutachten gemacht hat, direkt auf dem Grundstück, welches wir erwerben wollten. Und dieser hat uns mitgeteilt, auf jeden Fall die Finger davon weglassen. Das ist ein sehr, 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 sehr gefährliches Grundstück. Man muss da zusammengefasst 10 Meter tief alles ausgraben, um da ein Gründungsniveau zu erreichen, also inklusive der bebauten Flächen. Es besteht Gefahr über Deponiegase, also wenn da einfach Müll über längere Zeit steht, dann bilden sich einfach so Gasblasen, die, naja, ist nicht so wahrscheinlich, aber kann halt irgendwas passieren, die dann halt zu Absenkungen und keine Ahnung was führen können. Man muss sich Gedanken machen. Ja, das war dann wirklich ein echtes geologisches Gutachten, was eigentlich das Entscheidende ist, was wir dann gelernt haben. Also es gibt zwei verschiedene Gutachten. Also einmal ein chemisches Gutachten, was einfach nur die Beschaffenheit des Bodens, also mit den Stoffen tatsächlich wiedergibt, was aber nichts aussagt über die Bebaubarkeit dieses Grundstückes, oder zumindest in der Art und Weise, wie es bebaut werden kann. Und das geologische Gutachten, was dafür eigentlich entscheidend ist, weil da wird dann wirklich aufgeschlüsselt, wie ist der Boden beschaffen, wie tief muss man denn graben, um ein Gründungsniveau zu erreichen, wie kann gegründet werden. Und da sind dann auch chemische Informationen drin, also was bei uns zum Beispiel auch rauskam, dass da eben eine sehr, sehr aggressive Erde ist durch diese Verschmutzung und die Gründung dadurch auch auf eine spezielle Art und Weise abgesichert werden muss, also dass die Betonaggressivität, das ist ja glaube ich der Fachbegriff dafür, als sehr, sehr hoch eingestuft wurde und man da unbedingt Maßnahmen dagegen ergreifen muss. Also auch so die gesamte Gründung wird dadurch schon teurer. Also nicht nur die Entsorgung des gesamten Bodens, sondern auch wirklich die Gründung an sich. Und dann kam eben noch zusätzlich erschwerend hinzu, auch wenn wir dieses ganze Prozedere gemacht hätten, also wirklich einmal den gesamten Boden ausgegraben, Erde ausgetauscht, gegründet, gebaut und so weiter, über die Zeit hätte sich unser Grundstück dann wieder erneut mit diesen Belastungen einfach angereichert, einfach weil die Grundstücke drumherum eben nicht ausgetauscht werden. Also natürlich, wenn irgendwo noch Müll und belasteter Boden ist, der geht da natürlich über mit der Zeit und mit Regenfällen und sonstigen Geschehnissen, sodass sich dein Grundstück natürlich mit der Zeit auch wieder belastet mit dem, was du ursprünglich entsorgt hast. Und das ist dann genauso der Punkt, den du gerade eben auch wieder angesprochen hast, mit der Wertigkeit des Grundstücks. Also ja, für einen kurzen Moment, also für viele Jahre wahrscheinlich auch, kannst du den Boden natürlich schon wieder herstellen und wie Nagel neu erscheinen lassen. Aber langfristig kannst du es nicht gewinnen. Genau, aber langfristig sind halt deine Nachbarn halt auch mit dazu beitragen, dass sich dein Grundstück wieder belastet mit der Zeit. Aber weißt du doch von den Nachbarn, ob die da auch zehn Meter tief abgegraben haben? Ja, genau. Also die haben uns tatsächlich dann auch in ihr Bodengutachten mal reinsehen lassen. Und das hat sich tatsächlich genau gleich gelesen. Also das hat sich identisch im Grunde genommen gelesen. Also leicht andere Abstufungen von den Belastungen, aber im Kern waren das tatsächlich genau die gleichen Sperrmetalle, Ascheabfälle und Teerverunreinigung und so weiter drin, genauso wie auf unserem Grundstück und lustigerweise auch auf dem Grundstück von unserem Makler, der dort ja sein Mehrfamilienhaus direkt gegenüber aufgebaut hatte. In seinem Bodengutachten stand genau das Gleiche drin, was er uns natürlich aber ursprünglich nicht mitgeteilt hatte, sondern erst nach sehr, sehr langen Nachfragen. Und da wollen wir ihm gar nicht so groß Vorwürfe machen, weil wir glauben wirklich, er wusste das einfach selbst nicht besser. Aber nachdem wir uns das wirklich nach sehr, sehr penetranten Nachfragen, auch weil für uns ging es natürlich auch um sehr, sehr viel am Ende, uns das mitgeteilt hatte, was denn auf seinem Grundstück, also von seiner Firma da alles gefunden wurde, hat er uns tatsächlich einfach so sein Blanko-Gutachten mehr oder weniger in die Hand gedrückt. Wir konnten selbst nachsehen. Und da standen eben genau die gleichen Dinge drin. Also zehn Meter tief, dann kommt man erst auf eine stabile Schicht. Dazwischen ist alles belasteter Boden, wird alles als Sondermüll deklariert, der gesamte Boden. Das heißt, wenn man das in der Deponie entsorgen muss, gibt es auch verschiedene Abstufungen von der Erde. Also es gibt natürlich wiederverwertbare Erde, die ist günstiger in der Entsorgung. Und es gibt die absolut nicht wiederverwendbare Erde. Das ist wirklich die Deponie-Klasse 1 und 2 heißt es, glaube ich, und Sondermüll gibt es da. Und das war halt wirklich Deponie-Klasse 2, also muss wirklich entsorgt werden und Sondermüll, sodass man wirklich die allerhöchsten Kosten da mit einplanen musste. Und das natürlich auch für mehr als 100 Kubikmeter Erde. Man denkt immer, okay, 100 Kubikmeter, es kann ja jetzt nicht so viel sein, aber wenn man mal versucht, sich das in LKWs vorzustellen, die das abtransportieren, das sind, ich glaube, über 90 oder 100 LKWs, haben wir mal berechnet, die da wirklich Tag ein, Tag aus durchfahren müssen und einfach nur Erde abtragen. Ja, ist krass, ne? Also das klingt eher nicht nach 20.000 oder 30.000 Euro Mehrkosten, sondern nach über 100.000. Ja, genau. Das war dann auch wirklich der Punkt, wo die Sache dann für uns auch sehr, sehr schnell gegessen wurde. Also wir hatten ja einen Unternehmer, der uns ja auch schon vorher empfohlen wurde, der uns mal eine Berechnung gegeben hat, wie viel es denn pro Tonne kosten würde, so ungefähr. Und da haben wir jetzt einfach hochgerechnet und da kam dann halt raus, dass es 150.000 Euro sind, die man da mindestens mehr einplanen müsste. Also wirklich mindestens, wenn nicht sogar mehr durch, damals ging es ja erst los mit der Inflation und Preissteigerung, was sich jetzt heute ja auch schon sehr stark auswirkt auf die Deponien. Wahrscheinlich hätte man heute erst angefangen mit den ganzen Arbeiten und dann wäre es wahrscheinlich nochmal bestimmt 10 Prozent, 20 Prozent teurer gewesen, das Ganze. Und das war dann eben der Punkt, wo wir eben den Markler damit konfrontiert haben. Also das ist irgendwie nicht so ganz anhört, wie das, was er uns ursprünglich verkaufen wollte. Und ja, also das ist so nicht funktioniert. Also dafür ist der Preis einfach unangemessen hoch und gleichzeitig das Risiko, was da einfach da mitschwingt, da zu bauen und auch der Wertverlust, der damit einhergehen kann mit der Zeit, ist einfach kaum bemessenbar. Also vor allem auch die gesundheitliche Beeinträchtigung dahinter. Also auch das war etwas, was uns die Geologen sehr eindringlich tatsächlich geraten haben. Ja. Man sollte mit... Ja. Das war wirklich dein absolut smarter Move. Nicht auf... Also es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, wo du dir Informationen holen kannst. Und klar, dann hast du den Makler, aber der hat vielleicht das Interesse, dir das schon schmackhaft zu machen. Vielleicht sogar noch ein Erdbauunternehmen, weil das will ja den Auftrag eigentlich auch haben. In der Theorie. Ja. Aber sowas wie ein Geologe, der halt einfach nur ein Bodengutachten macht oder die Stadt oder wer auch immer, die sind ja wirklich neutral. Denen ist es ja egal, ob du das Grundstück kaufst oder nicht und dann da baust. Deswegen super smart, bei den Leuten die Infos zu holen, die nachher überhaupt neutral sein können. Und das ist so ein ganz, ganz großer Faktor, weil ich finde diese Situation, das muss man sich echt mal vorstellen, man kommt in ein Wohngebiet und denkt, ja, da haben ja alle gebaut, was soll da jetzt groß das Ding sein? Aber dass dann so große Mehrkosten damit einhergehen können oder dass man vielleicht auch denken kann, hey, die Leute haben vielleicht da einfach gebaut, aber denen war es egal, ob das so ist oder nicht. Und vielleicht hat man vor 30, 40 Jahren da auch noch anders drüber nachgedacht. Kann ja auch sein. Exakt, genau das war auch früher der Fall. Also wir haben natürlich auch sehr lange mit der Stadt dann darüber diskutiert und auch mit den Geologen. Wie können denn da eigentlich so viele andere Häuser gerade stehen, wenn das doch so gefährlich ist, da drauf zu leben und zu bauen oder nicht gefährlich, sondern einfach nicht gerade die Ideal zur Umgebung. Weil das kommt halt auch plump einfach zurück. Ja, in den 50er, 60er Jahren, da waren so Bodengutachten jetzt nicht unbedingt das Maß der Dinge, sondern man hat den Bauplatz gesehen, man hat ihn bebaut und hat gegründet, wie es da halt eben reingepasst hat. Natürlich, dass es einigermaßen stabil ist, aber das war es dann auch. Das war die einzige Einschränkung. Aber wenn du heutzutage da drauf bauen möchtest, man muss tatsächlich diesen Austausch des Oberbodens mindestens vornehmen. Also selbst wenn man das Haus nicht abgerissen hätte, das ist tatsächlich eine Verpflichtung gewesen, dass man das machen muss. Und natürlich, wenn du es komplett neu bebaust, da kommst du gar nicht drum herum, weil kein Unternehmer wird die Haftung übernehmen, auf unstabilen Grund zu bauen. Also ich glaube, das möchte eigentlich kein Bauherr machen, auf unstabilen Grund etwas aufbauen. Ja, aber es ist verrückt, wie man manchmal vor einer offensichtlichen Lage und denkt, okay, Situation ist relativ klar, ich werde ein paar mehr Kosten haben, weil da war halt mal was. Aber je tiefer man da wirklich dann reingeht, im wahrsten Sinne des Wortes, desto schlimmer wird es dann und desto teurer wird es. Und dann ist es halt irgendwann auch keine Situation mehr, die man machen kann. Ja, absolut. Und da muss man auch wirklich aufpassen. Also weil das sind wirklich Faktoren, die können einen in die Privatinsolvenz reinbringen. Also wenn man vorher nur mit 20.000 als Puffer geplant hat und auf einmal daraus 150.000, 170.000 wären, das ist leider etwas, auf einer Baustelle vor allem, die man nicht einfach so mal zurückdrehen kann, wahrscheinlich. Nicht ganz so einfach zu handeln und das bringt einen wahrscheinlich in sehr ernste finanzielle Herausforderungen. Ja, deswegen, also super smart, da wirklich die Leute zu fragen, die gar kein Interesse daran haben, ob du das jetzt kaufst oder nicht. auch immer gut, wirklich den Geologen zu fragen, der das vor 30 Jahren sich angeschaut hat. Also das hat dich wirklich gerettet dann am Ende, ne? Ja, und vor allem auch wirklich da ein bisschen Geld zu investieren dafür im Zweifel. Also weil, ich meine gut, wenn man da jetzt mal 1.000 Euro für eine vernünftige Auskunft insgesamt ausgibt, das ist in dem Moment zwar etwas schmerzhaft, aber hinterher, wenn man dadurch gut schlafen kann und auch wirklich eine belastbare Auskunft hat, die einen vor schlimmen Fehlern bewahrt, ist das Gold wert tatsächlich. Und das würde ich tatsächlich wieder so machen, auch wenn ich heute sehr großen Abstand von solchen Grundstücken nehmen würde, wo die Sachlage sehr unklar ist und nicht alle Fakten auf den Tisch nehmen. Also da würde ich auch jedem empfehlen, sich da unter keinen Umständen von jemandem unter Druck setzen zu lassen, weil das ist auch so ein großes Learning, was wir hatten. Also das einzige Mittel, was zum Beispiel Makler hat, ist einfach Intransparenz, um damit Druck auszuüben. Und da darf man sich halt wirklich so Einfaches gesagt, das wir haben selbst nicht befolgt damals, sich nicht unter Druck setzen lassen. Aber genauso auch bei den öffentlichen Einrichtungen. Also ja, auch wenn jemand in Reha ist, also irgendjemand muss auf diese Information zugreifen können. Sie sind verpflichtet, die Damen und Herren dort Auskünfte zu geben. Und sie geben uns ja auch tatsächlich sehr gerne aus. Sie sind tatsächlich einfach selbst immer sehr unter sehr hoher Arbeitsbelastung. Also darf man sie auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Aber wenn man ein bisschen auf sie einwirkt, ihnen die Lage schildert, dann kriegt man, also wir hatten zumindest jetzt immer das Glück, dass wir da immer eine sehr positive Rückmeldung bekommen haben. Genauso aber auch von Geologen. Also ja, man hat nichts mit ihnen zu tun, aber man findet sicherlich immer eine Lösung, sei es jetzt auch nur ihre Arbeitszeit zu bezahlen, um eben dieses Gutachten für einen nochmal verständlich auszuwerten. Weil auch so ein Gutachten an sich ist doch sehr schwer zu lesen als Laie. Aber wenn es ein Experte erklären kann, dann sind es die besten Euros, die man investieren konnte für so etwas. Ja, absolut. Und ich finde es auch an der Art, wie du es jetzt erzählt hast, fand ich, hat man auch sehr, sehr gut gesehen, dass am Anfang fühlt es sich ja auch gar nicht nach Druck an. Jetzt von so diese Makler oder diese Kaufsituation, ich will es jetzt gar nicht irgendwie auf den Makler schieben, wobei der jetzt schon eine tragende Rolle da spielt. Aber am Anfang wirkt es ja auch transparent, weil der ja gleich sagt, ja guck mal, hier war mal so eine Ablagerung und da musst du wirklich mit Mehrkosten rechnen. Und dann ist für die meisten ja schon, ja okay, da wurde ich ja jetzt aufgeklärt. Aber dass da noch viel mehr dann dahinter ist, das ist das, wo man dann wirklich gut sein muss. Oder wo man halt wirklich, weiß ich nicht, das ist der sechste Sinn dann, dass man da dann doch nochmal weiter forscht. Ja, absolut. Und ja, es gibt so viele Themen, ihr erklärt das ja auch immer ziemlich gut, um die man sich gleichzeitig Gedanken machen muss. Man kann es einfach nicht. Also am Ende ist es, glaube ich, wirklich immer ein positiver Aspekt, wenn man sich die Freiheit rausnimmt, da einen Experten mit dazu zu ziehen, der einen zumindest mal auf die Fallstricke aufmerksam machen kann. Also das ist, glaube ich, definitiv Gold wert, zumindest mal High Level auf einer eher abstrakteren Ebene da Bescheid zu wissen, worüber man sich nochmal, vielleicht zweimal Gedanken machen sollte, um genau solche Momente zu vermeiden. Weil für uns war das tatsächlich auch ein Erlebnis, was sich dann ja über einen Monat gezogen hat, aber dann halt so in den letzten zwei, drei Wochen extrem intensiv wurde, weil man muss sich natürlich über viele Sachen Gedanken machen. Also was heißt denn das jetzt, Belastungen im Boden? Was heißt das mit Wasserschutzverordnungen? Weil im Raum Stuttgart ist alles gefühlt ein Wasserschutzgebiet. Das ist natürlich da immer eine Auswirkung. Am Ende haben wir rausgefunden, okay, man darf dort einfach nur keine Massentierhaltung betreiben, ist für uns unwichtig. Aber genau solche Aspekte, das sind die entscheidenden, wo man wirklich gar nicht zu viel Information haben kann. Und bevor man da wirklich selbst wie verrückt sich auf die Suche macht und sich dann irgendwie auf Massentierhaltung konzentriert am Ende, macht es doch Sinn, vielleicht einfach seine eigene Zeit als wertvoller einzuschätzen und jemanden, der sich damit auskennt, zu befragen. Ja, nee, finde ich absolut. Deswegen, also vielen Dank, dass du auf jeden Fall diese Sorry mal geschildert hast. Weil ich glaube, wenn man das einmal gehört hat, dann ist man dafür viel mehr schon mal sensibilisiert und kann halt selber auf diese kleinen Dinge in dem Bodengut achten oder bei einer Kaufverhandlung oder im Notarvertrag wirklich schauen. Und dann halt über dieses erste transparent wirken, drüber hinausgehen und wirklich mal genauer schauen, was das eigentlich bedeutet. Weißt du zum Abschluss noch, ob das Grundstück mittlerweile verkauft ist? Ja, wir wissen erst, dass es verkauft ist. Allerdings nicht als Bauplatz, sondern als sanierungsbedürftiges Haus. Ah, okay. Ja. Okay, weil da dann einfach egal ist erstmal wahrscheinlich, oder so wurde es erstmal gemacht? Ja, genau. Also wurde natürlich darauf hingewiesen. Wir haben natürlich auch das Exposé wieder entdeckt. Aber wurde darauf hingewiesen, dass einfach nur ein sanierungsbedürftiges Haus verkauft wurde. Mit dem Hinweis, dass dort halt eine Altlastablagerung ist. Und ja, das war es dann auch. Und wir haben ja sogar tatsächlich einmal gesehen, dass es jetzt auch saniert wird, das Haus. Aber auch das tatsächlich würde ich nicht machen, weil wenn dir ein Geologe sagt, dass man zum Beispiel da nicht die Tomaten essen kann von den Sträuchern, die dort wachsen, dann auf dem Boden, dann, ja, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, wenn ich darüber nachdenken muss, was zum Beispiel meine Kinder auf dem Grundstück machen, wenn sie da mal ein Stück Erde in den Mund kriegen, ob das so eine gute Idee ist. Da fühle ich mich eher eingeschränkt, als dass ich an so einem Ort leben möchte. Ja, wie es auch in dem Bodengutachten drin stand, du hast mir da Auszüge geschickt, dass irgendwie eine Versickerungsprobe oder so konnte nicht gemacht werden, weil das darf man da nicht und so weiter. Also so schwierige Sachen schon, wenn man da kein Wasser versickern lassen darf. Ja, also da überlegt man nicht zweimal, jetzt hinterher auch. Ja, das ist echt verrückt. Aber dann seid ihr da auf jeden Fall nochmal gut rausgekommen, auf jeden Fall, indem ihr wirklich weitergeschaut habt, als erst mal diese offensichtliche Transparenz zu glauben. Und deswegen, also vielen, vielen Dank, dass du deine Story da geteilt hast, deine Erfahrung. Das hilft, glaube ich, wirklich weiter, sich da wirklich ein bisschen selber mehr Gedanken zu machen, was das denn eigentlich heißt, wenn da ein Grundstück mit so einer Altlast vorliegt. Und das ist wirklich wichtig. Ja, sehr gerne. Also jeden, den ich da mit Stress ersparen kann, wirklich gern geschehen. Also ich würde es nicht nochmal durchmachen wollen. Das glaube ich, ja. Super, danke dir, ne? Ja, kein Problem, gerne. Ja.